Warum bist du heute hier? Ich bin heute hier, weil das eine tolle Aktion ist und weil man mehr für Naturschutz machen soll. Und ja, war es an der Freude. Musik Ich bin heute hier, weil ich gerne diese tolle Initiative unterstütze, um etwas für die Natur zu tun und für unsere Region. Musik Warum bist du denn heute hier? Weil das eine richtig schöne Aktion ist und ich das schon seit langem langem verfolge und es endlich geschafft habe. Und dann haben wir auch noch ein schönes Wecker, da muss man einfach raus und sinnvolle Sachen machen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020